hallo lieber usa meines kanals wenn du dieses video schaust überlegst dir bitte ganz genau ob du auf den kanal rucki german tour 2.0 gehen willst hier sind menschen über monate gemacht worden von gewissen personen selbst von dem kanal inhaber ja wie du ja sehen und lesen kannst und sobald du anderer meinung bist wirst du gesperrt bzw man geht mit zig personen auf dich los wir haben jetzt nur einen ganz kleinen auszug genommen von weit über 200 seiten dokumentierte chat verläufe und video kopie verläufe um es dir zu zeigen dass es der wahrheit entspricht dass du dort massivst gemobbt wirst sobald du wie gesagt anderer meinung bist deine meinung dass du schon mal gar nicht sagen deswegen überlegst dir ganz genau ob du diesen kanal beitreten möchtest und gemobbt werden möchtest so ich wünsche dir einen wunderschönen tag passt schön auf dich auf und überlegst dir genau weil dieser herr besitzt die frechheit wirklich nur von seinen usern zu leben und wenn die usa irgendwas sagen dann kriegen sie die rote karte und wie du ja sehen kannst werden sie massivst gemobbt weil ich war nicht die einzige person da sind zig andere okay ich wünsche dir wie gesagt einen wunderschönen tag und passt schön auf dich auf ganz liebe grüße dein dj roland stein so Untertitelung des ZDF, 2020